Und wieder zurück zur Uhr. Indy ist ein ganz bisschen angeschlagen. Ich hoffe mal, ich finde demnächst wieder einen Brunnen. Weil dann werde ich jetzt einmal einen Schluck trinken. Seine Lebensenergie geht doch schneller runter, als ich gedacht hatte. Allzu unvorsichtig darf ich dann doch nicht sein. Hallo, mein Freund. Hallo, Peterle. Ich habe da was für dich, glaube ich. Ein geborstenes Schwert. Hm, welche Tür wird wohl jetzt drankommen? Ich weiß ja nicht. So. Was haben wir denn da? Wir haben Schwert mit Skorpion. Um drei Uhr. Okay. Also, wir brauchen einen Skorpion. Der ist genau auf der anderen Seite. Natürlich, wo auch sonst. Und das Ganze dann bitte um drei Uhr. Erweckt. War das jetzt hier drüben? Ja, das war hier drüben. Passt. Wo kommen wir jetzt hin? Das sieht aus nach Glockenturen, würde ich sagen. Steht uns eine kleine Kletterparty ins Haus. Habe ich da nicht schon genug von heute gehabt? Nein, wir spielen in der Jones. Wir brauchen viel mehr davon. Noch eine Frage der Zeit, bis der erste Typ wieder um die Ecke gelaufen kommt. Ein bisschen aufpassen. Oder es wäre mir lieb, wenn ich ein bisschen aufpassen könnte. Damit nicht die Kerle mich überraschen, sondern ich sie. Das funktioniert nicht. Na? Hallo! Genau von dir habe ich gerade gesprochen. Wie geht es dir? Hast du mich vermisst? Und meinen beherzten Tritt in die Weichteile. Oh, 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 oh. Leute, er schafft es auch. Er schafft es auch. Die Wand! Ich wollte schon immer Pantomie bewerten. Ohne Beine. Ja, ich komme. Also diese Kerle haben echt Talent. Das muss man ihnen lassen. Ich weiß nicht, wofür sie Talent haben, aber es sieht sehr talentiert aus. Komms. Das funktioniert nicht. Na dann. Dann halt die andere Richtung. Oh, hi. Wie geht's? Und tschüss. Musik in meinen Ohren. Wo führt uns das nur hin jetzt, ey? Na gut, ich tippe einfach mal Glockenturm, ne? Klingt noch am logischsten. Ah, ich muss ja gucken. Die Kanten sind ein bisschen tricky. Da kommt man stellenweise dann doch ein bisschen schlecht dran vorbei. Na? Direkt der Nächste, der runterfliegen will. Okay, doppelte Meute. Passt auf. In diesem Schloss gibt es jede Menge Sprengfallen. Ja, dieser Ort macht mir Angst. Äh. Und dafür habt ihr jetzt die panische Musik abgespielt. Für, oh mein Gott, es gibt hier Sprengfallen. Na gut, wer weiß, wie tödlich die eingestellt sind. Kann natürlich sein. Wenn ich die aus Versehen triggern würde. Wir brauchen Unterstützung. Tschüss. Dass dann ein bisschen mehr Schaden bei rumkommt. Oh, wir haben einen Treppenrutscher gefunden, Leute. Guckt mal. Ach, das ist immer wieder schön anzusehen. Und die Parade ist auch wieder da. Ach, ist das nicht toll. So, da oben ist unsere Leine. Unsere Seilbahn. Die verdammt weit rüber geht. Heiliger. Aber ich komme da nicht rein. Gehen wir erstmal den Weg runter, den die Herrschaften hier raufgekommen sind. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier kommen wir durch. Haben wir auch irgendwo schon den nächsten Feind. Nein, wir haben einen Brunnen und einen sehr unscheinbaren Teppich. Keine Falle oder so, oder? Ja, scheint nicht so. Trotzdem lieber um den Teppich rumgehen. Also wenn ich den dreckig machen sollte, dann ist sicherlich der Schlossbesitzer ziemlich böse auf mich. Das wollen wir nicht. Bin ich... Ja, ich bin den Weg wieder zurückgegangen. Okay, macht aber nichts. Macht aber nichts. Dann kann ich hier nochmal lang gehen und nachschauen. Nein, da hat sich nichts geändert. Noch einmal ein Hechtsprung nach oben. Sie werden immer knapper, wie man merkt. Viel ist gut, beruhig dich. Die bösen Männer sind alle weg. Zumindest alle, die ich getroffen habe. Zala. So, wo muss ich denn lang? Da unten sehe ich zum Beispiel noch eine Tür. Könnte ich da runterfallen? Ne, da bin ich ja reingegangen gerade, Ian. Vergesst das. Vielleicht sollte ich nach oben klettern. Wenn wir schon explizit vor diesen Sprengfallen gewarnt wurden, dann sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Musik. Hier unten irgendwo Feinde? Nein. Das ist auch die Tür, wo ich eben reingegangen bin, meine ich, weil ja die Seilbahn dahin führt. Wo muss ich gerade... Oh, hallo. Mediket. Oh, noch besser. Wo muss ich jetzt lang? Kann ich überhaupt wieder hier hoch? Ach, verdammt. Indy. Wirklich? Da komme ich diesmal nicht wieder hoch? Nein. Na gut, gehen wir wieder da runter. Spiel. Ist ja gut. Beruhig dich. Alles okay. Keiner will dir was tun. So, so ist brav. Ja siehst du, so ist brav. Offenbar muss ich hier lang. Da runter. Ne, ich glaube von da kommen wir doch, oder? Wir sind ja da raufgegangen. Hier drüben liegt nur Munition. Ich bin enttäuscht. Zwar für den Revolver, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Ich muss wohl da rüber. Kann ich an der Tür hier rechts und links lang? Nein, denn hier ist ein Zaun im Weg. Ein Gitterle. Hm. Ist da unten irgendwas peitschbares oder so? Irgendwas verpasse ich hier gerade. Hm. War ich hier schon drin? Ich meine ja, oder? Das funktioniert nicht. Nö. Hier war ich noch nicht drin? Oder war hier einfach nur überhaupt nichts Sinnvolles? Hm. Dann muss ich es woanders nochmal versuchen. Ich gehe nochmal kurz rauf und schaue mich da um. Hm. Aufs Dach? Das sieht mir ein bisschen sehr gefährlich aus. Das ist auch der Punkt, wo ich da drüben die Kette wahrscheinlich raufgeklettert bin. Muss ich vielleicht da hoch? Oh, da liegt ja noch eine Maschinenpistole. Schick. Schick, schick. Nee. Den Turm hier runterhüpfen, das bringt nichts. Da war nur Munition. Uh, nicht zu weit gehen, Indy. Darunter gehen bringt auch nichts. Hier rüber gehen wird nur was bringen, wenn ich da drüben ankomme. Da ist ein Peitschkopf. Ich sehe es gerade. Okay, ich weiß. Geweiß. Upsala. Bisschen Schaden, aber das werde ich jetzt mal verkraften. Hier drüben muss ich lagen. Wenn mich die Kamera denn lässt. Fast. Upsala. Das war die falsche Maustaste. Eigentlich brauche ich F. Hm. Das sieht wichtig aus. So könnte man es nennen, Indy. Jawohl. Aber leider fehlt hier der Hebelmechanismus. So wie der hier. Warum liegt jetzt bitte schon der Hebelgriff hier eine Etage höher, wenn ich jetzt ihn nur runterbringen muss anscheinend und benutzen muss. Und fertig ist die Laube. Keine Ahnung. Wir dürfen wohl jetzt observatieren. Das finde ich doch gut. Da oben war auch irgendeine Art Karte. Und hier haben wir einen Engel. Den man drücken kann. Und Vegas Manifest. Mir auch nicht. Und ich glaube ich weiß, wo ich jetzt lang muss. Indy, Indy, Indy. Danke. Da war er gerade sehr spezifisch. Nein, ich bin ein sehr feiger Mann. Und die leben manchmal etwas länger. Tschüss. Wirklich nicht mal den Rutsche Indy Sound. Das ist aber peinlich. Ich spiele. Bäm. Ach ja. Und der nächste. Huah. Oh. Hey. Geht's dir noch ganz gut. Indy. Hallo. Indy. Hörst du mal. Auf und wehrst dich, ey. Meine Güte. Nur weil wir hier in der Nähe von einem Brunnen stehen, heißt das nicht, dass du so dermaßen aufs schöne Gesicht kriegen musst. Oh mein, oh mein, oh mein. Dann haben wir den nächsten. Ich sollte meine Feldflasche wegstecken. Hi. Zack. Eine Waffe verloren. Das wäre ganz nett. Nein, das ist noch nicht mal gezogen. Bisher. Macht nix. Macht nix. Macht nix. Macht mir gar nix. Noch irgendwelche verstärkende Leute da? Die ihr mir gerne vor die Tür geben wollt. Nein, dann nicht. Gut, dann gehen wir wieder weiter. Raum Nummer zwei. Wir haben eine Schriftrolle mitgebracht. Das dürfte dann wahrscheinlich die Waage sein. Oder die Zwillinge? Nee, im Hintergrund der Zwillinge hier ist eine Schriftrolle zu sehen. Passt. Okay. Nur den Wilhelm ruft Peter herbei. Dankeschön. Du kannst jetzt erstmal in aller Ruhe deine Sonntagsschriftrolle lesen. Ich werde weiter die Uhr stellen. Was haben wir dieses Mal? Wir haben Zwillinge um... Dürfte entweder elf oder zehn sein. Und die Sonne steht auf sechs. Elf, zehn, sechs Zwillinge. Okay. Zwillinge sind jetzt ganz am Ende. Sehr schön. Natürlich genau einmal in die falsche Richtung gedrückt. Schauen wir nochmal nach. Sonne war sechs. Der andere war entweder zehn oder elf. Nein, das wollte ich nicht mehr drücken. Ich muss nach unten drücken, um die Zeiger zu wechseln. Jawohl, das war die elf. Vorletzter Raum. Also was auch immer diese vier Rätsel, Prüfungen, sonst was verbergen, muss wohl wichtig sein. Musik stimmt mir zu. So, was haben wir hier? Ein Medikit noch mehr. Sehr schön. Sind wir jetzt... Wirklich beim Glockenturm dieses Mal? Ja. Ja. Das ist ein Glockenturm, der auf der Garte markiert ist. Ich muss hier irgendwie raus und den Kristall finden. Und, da der gute Doktor es jetzt angesprochen hat, müssen wir rüber in den Turm, den ihr gerade zu eurer Linken seht. Bitte schießt mich nicht runter hier. Wow. Hoppa. So, wollen wir es nochmal versuchen? Mein Freund, du wolltest mich unbedingt da runterschießen, was ich nicht sehr höflich finde von dir. Also, schmigst. Nein, 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 nein. Komm, steh. Ach, du hättest doch aufstehen können, ey. Ich wollte dich gerade hier runterschmeißen. Mann, 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 Mann. Kein Durchhaltevermögen, die Kerle. Echt, ey. Das funktioniert wirklich nicht. Könnte ich dich die Treppe runterschmeißen hier? Ja, das hat auch schon mal was gebracht. Boink. Oh. Oh, komm schon. Du Mistkerl. Der tritt leider daneben. Weil Indy ein bisschen zu hoch steht. Aber der tritt, der ging offenbar in die Nieren und das hat gereicht. Ich kann eher jetzt ein bisschen mit der Munition kämpfen, weil ich glaube, ich sowieso am Maximum bin. Von daher alles, was ich jetzt nicht einsammle oder benutze und dann neu einsammle von den toten Gegnern, wäre wohl Verschwendung. Ist hier irgendwas oder ist das einfach nur ein schönes Skybox? Eigentlich wollte ich zur Geheimpolizei, damit ich nicht mehr Wache schieben muss. Ach, ein Königreich für einen guten Apfelstrudel. Also beim Apfelstrudel gebe ich ihm ja recht. Der Teil ist ja okay, aber... Irgendwelche Geheimpolizeigeschichten hier, das geht ja mal gar nicht. Fäng. Fäng. Wir kommen jetzt auf die sanfte oder den harten Rumpf. So viel dazu. Ach, das gibt's auch noch. Boah. Und wer? Ja. 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 Ja, Indy ist nicht jeder so ein Softie wie du. Du kennst das doch. Okay. Direkt die ganze Munition wieder einsammeln. Da ist eine Kette gewesen, aber da komme ich her. Passt. Also müssen wir dieses Mal nur aufwärts. Ich wollte es schon die halbe Zeit jetzt sagen, aber ich tue mich halt schwer, dem Spiel Komplimente zu geben, wenn ich nicht sicher sein kann, dass es mich nachher nicht wieder betrügt und mir diesen Fehler dann vorweist. Aber zumindest, Rums, zumindest muss man dem Spiel hier eines lassen, und zwar ist das das Geschwindigkeitsgefühl. Auch wenn Indy jetzt nicht so perfekt zu steuern ist, stellenweise, okay, noch ein Stück hoch, ähm, kann ich sehr schnell von A nach B kommen oder, äh, durch die Rolle zum Beispiel Gegnern entkommen oder zu ihnen hinkommen, kommen, 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 ähm, was einen sehr, sehr flüssigen Bewegungsablauf erzeugt, was sich auch sehr gut zu spielen anfühlt, das muss man sagen. Und offenbar dürfen wir dieses Mal in den Glockenturm sogar hinein, äh, soll ich vielleicht lieber eins runterklettern? Ja, ich glaube schon. Huh, 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 und hoppala. Äh, ich wollte gerade sagen, es ist ja eine Telefonzelle im Turm, das wäre schon irgendwie interessant gewesen. Aber, es ist wohl ein Aufzug. Jupp. Ich will nicht wissen, ob die Uhr sich überhaupt wirklich bewegt. Das nachzuprüfen wäre jetzt wahrscheinlich, äh, eine Geduldssache. Ohoho. Was wird denn jetzt wohl hier passieren, liebe Leute? Schauen wir doch mal, wo geht's hoch? Irgendwo war die Leiter, ich hab sie schon eben gesehen gehabt. Hier. Wie kommt man von Turm A nach Turm B? Das ist definitiv keine gute Idee. Aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Genau. Wir spielen der letzte Luftbändiger und fliegen rüber auf einem Drachen. Und das ist übrigens freihändig, Leute. Ich meine, guckt mal hin. Indy surft gerade auf einem verdammten Drachen. Ich meine, man kann das falsch verstehen. Man könnte an einen feuerspeinen Drachen denken, aber er ist gerade auf einem Drachen gesurft. Manchmal staune ich über mich selbst. Das darfst du, mein lieber Doktor. Das darfst du wirklich. Die Sache gefällt mir nicht. Und an diesen Raum hier erinnere ich mich auch zur Genüge. Und ich werde hier wahrscheinlich gleich einmal sterben, wenn ich Pech habe. So, wie war das nochmal? Man hat gerade eben schon da drüben diesen sehr munteren Herren dort gesehen, der da offenbar in einer Art Elektrostuhl sitzt, wenn man so möchte. Obwohl eher diese Anschlüsse offenbar dafür dienen, Energie in oder aus diesem leuchtenden Objekt herauszuleiten. Die Sache ist, ich kann es ja mal aktivieren, weil ich weiß jetzt eigentlich, wo ich ja hin muss. Nämlich da rauf. Das Ganze ist natürlich, na komm, eine Falle. Eine gasige Falle schon wieder. Wir haben hier nur begrenzt Zeit, um hier rauszukommen. Man sieht da oben die Luftanzeige, als würde ich gerade schwimmen. Aber der Trick ist zum Glück relativ simpel. Sobald ich hier durch bin, sind wir wieder an der frischen Luft und alles ist gegessen. Das hat mir aber, glaube ich, damals auf jeden Fall wenigstens einen Tod bereitet. Einfach weil die Steuerung und auf die Regale zu hoppeln und mit der Peitsche dann noch zu gucken, hat mich wenigstens einmal zu viel Zeit gekostet und ich bin daran gestorben. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. So, alle... Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt eine Wand vorbeispringe und dann runterfalle, dann wäre ich aber ausgeflappt. Upsala. Und das war es dann, glaube ich, schon wieder. Und wir können wieder zurückkehren zu dem Uhrenraum. Das haben wir eben gerade eigentlich eingesammelt. Ich habe den Text jetzt gerade nicht gesehen. Beziehungsweise, ich glaube, da ging auch schon die Cutscene los. Ich bitte, fall jetzt nicht runter, Indy. Okay, schuh, Glückart. Das hier war, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen einfach den Turm wieder runterlaufen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Level Abschnitt. Perfekt. Bleibt noch eine Tür. Und dafür geben wir dem guten Peterle. Was geben wir ihm dafür Schönes? Irgendein leuchtendes Ding. Einen Seelenkristall. Ah ja. Da wird er sich sicherlich drüber freuen. Einmal noch. Eine Waage ausgeglichen und eine Zehn. Das dürfte also sehr wahrscheinlich bedeuten, Moment, andersrum, dass wir, vermute ich einfach mal, beide Zeiger auf die Zehn stellen dürfen. Bingo. Nein, entschuldigt, entschuldigt. Bingo. Wie haben wir am Sonntag wieder? Bingo. Ich hoffe doch. Oh nein. Oh nein, nicht das. Was? Leute. Der zweite Bossgegner des Spiels. Ich hasse ihn. Ich erinnere mich gerade. Scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, 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 geh weg, geh, 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 er schmeißt mit Sachen nach mir. Ich erinnere mich. Muss jetzt gucken. Ah, hier. Das brauche ich. Mist. Okay. Dieser, ich glaube, es ist ein Homunculus, schmeißt nicht nur mit Feuerbällen aus seinem Bauch auf mich, wie man gerade sehen kann da, ups, sondern, ähm, kann ich was einsammeln? Nein, ist nichts mehr da, ich muss da rüber gehen. Sondern auch mit den Umgebungsgegenständen und wir können ihm nichts anhaben mit dem Nahkampf. Das weiß ich. Und das war natürlich, deswegen rolle ich immer, weil eigentlich, geh weg, Kollege, geh weg. Geh weg. So, weil eigentlich, eigentlich, oh, komm schon. Ach, das war schon jetzt so kurz geworfen, glaube ich. Mann. Diese blöde Mechanik, wo man werfen muss und der Balken immer wieder größer und kleiner wird. Das ist so mies hier. Oh. Ey, gib her. Aha. Glaube. Ne, ich kann ihn nicht mal, seht ihr das? Ich kann ihm nicht mal Nahkampfschaden zufügen, wenn ich an ihn rangehe. Und wenn ich versuche, ihn in Nahkampf zu verwickeln, dann wird er mir das definitiv zurückzahlen, Leute. Darauf könnt ihr wetten. Das heißt aber nicht, dass es jetzt noch nicht, noch nicht so weit ist. Ist das Nahkampf? Ne, du willst Fernkampf. Finde ich gut. Ich will nämlich das Ding da haben. Respekt. Jetzt muss ich gucken, dass ich, äh, ja. Mindestens ins Gesicht wieder werfe. Jawohl. Na. Was hältst du davon? Kleine Säurebart. Da fragt sich jemand gerade, der gute Ape, ob man die Feuerbälle zurückschlagen kann. Äh, Baseball ist hier nicht die richtige Lösung, zumindest nicht in puncto Schlagball. Aber, äh, Schläger ist keine schlechte Idee, wie ihr gleich sehen werdet. Pass mal auf. Ich muss, glaube ich, noch einmal treffen. Hup. Na komm. Ich muss noch mal werfen, damit ich in Ruhe rollen kann. Respekt. Einmal noch. Gib her. Sehr gut. Ich glaube, man hat den Kampfstrahl gerade gehört, weil jetzt, glaube ich, müsste er, ne, noch nicht. Ich will mich einmal zwischendurch heilen. Ich meine, er müsste nämlich gleich, naja, ich trinke einen Schluck, Kollege, ne? Du hast ja Zeit. Wir haben noch Feiertag heute. Boah. Oh. Ähm, leicht knapp. Eigentlich müsste der feine Herr jetzt nämlich, jawohl, so langsam merken, was wir hier so tun. Und deswegen kloppt er einfach mal die Maschine kaputt, aus der diese Suppe da rauskommt. Aber, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Katzin mir gerade etwas sagen wollte. so im Sinne von, hey, da ist was. Und dieses Etwas ist eine, ein Metallrohr mit entsprechender Säure vorne dran. Ich muss natürlich nur gucken, wenn der Kerl jetzt versucht, irgendwie die Wände zu rammen, dass ich ihm dann gehörig eins aufs Fressbrett gebe. Na komm. Dodo. Dodo. Ja, jetzt kommt der Baseballschläger zum Einsatz. Aber er wirft immer noch mit seinen Geschossen nebenher. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Genau, ramm die Wand. Ramm die Wand, bitte. Jawohl, und jetzt bist du wieder fällig. Zack. Baby. Da war er weg. Glaubt mir Leute, der Typ kann um einiges schwerer sein, wenn man keine Ahnung hat, was man hier tun muss. Diese kleinen Fläschchen am Rand, da kommt man vielleicht mal irgendwann durch Zufall drauf, wenn man hier so durchläuft, weil sie so schön hellgrün sind. Aber, ganz ehrlich, mein erster Impuls war damals auch gewesen, okay, ich hab ne Flinte, komm, wir ballern den Typen einfach um. Nee, das klappt nicht gut. Und auf Nahkampf, wie gesagt, reagiert der Kerl allergisch. Ich glaube, er würde einen dann packen und eine sehr starke Nahkampf-Kombo verpassen. Von daher versucht man das garantiert nicht zweimal. Aber ich glaube, hier kann ich auch nicht irgendwie Munition oder sowas finden. Von daher, dann machen wir halt weiter. Drachensplitter gefunden. Ich glaube, das ist jetzt mein Stichwort, um hier wieder wegzugehen. Es sei natürlich, wir bekommen Gesellschaft. Hören Sie mich? Dr. Jones? Was ist los? Was ist mit Ihrem Humor? Sie schon wieder. Na, großartig. Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie wiederzusehen. Wir haben so viel zu besprechen. Werft ihn in den Zug. Ich werde ihn verhören, wenn wir in Istanbul sind. von Prag geht es unfreiwillig nach Istanbul weiter. Ja, Funback scheint nicht gerade sehr gutes Haifutter zu sein. Von daher hat er wohl irgendwie überlebt. Und der Schädel. Wo bin ich? Istanbul? Was wollen die denn hier? Was war das? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Zum Beispiel meine Lippensynchronisation. Die habe ich irgendwo verloren. Maying? Holen Sie mich hier raus. Anscheinend haben wir den falschen Dr. Jones gefunden. Ach, Quatsch. Das sieht nur so aus. Die Deutschen haben keine Ahnung, wonach sie suchen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie legen gerade eine Stadt unter Istanbul frei. Sie haben den Palast des Belisarius gefunden? Kein Wunder, dass es von Beck eilig hatte. Gehen Sie hin und finden Sie den dritten Teil des Spiegels der Träume. Und denken Sie daran, ich beobachte Sie. Kein Vertrauen, Sie haben mich angeheuert. Nicht gut. Ich brauche einen Vorschlag. Und mit diesem Kampf startet dann schon das nächste Level. Und wie wir gerade herausgefunden haben, handelt es sich bei dieser schönen Ninja-Dame um die Assistentin unseres Auftraggebers. Die wohl auf uns aufpassen soll, dass wir auch Erfolg haben. Bam, bam. Und gegen die Wand. Und in die Wand. Und tote Wand. Wunderbar. Aber, bevor die Musik mich noch zu weiteren Missetaten hier vollführt, na gut, du musst noch sterben. hola, 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 hier alle mit ihren, ich glaube, türkischen Dolchen heißen die Waffen rumlaufen. Moment. Das war doch ganz erfolgreich. Mal noch mal kurz gucken, war das türkischer Dolch? Ja, es war türkischer Dolch. Ich habe es noch richtig im Kopf. Bevor wir noch zu weiteren Missetaten übergehen, werden wir dann hier für heute Schluss machen. Denn, ich hatte gesagt, wir nehmen ein Level pro Stream auf, was dann heute der Fall gewesen wäre. In diesem Sinne, bevor ich es nicht gesagt habe, Steinfurcht, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du es falsch rumgeschrieben hattest und Steinfurcht meintest, kann ja auch sein. Auf jeden Fall, danke fürs Vorbeischauen und auch natürlich allen anderen, die bis jetzt durchgehalten haben. In diesem Sinne, machen wir für heute Feierabend und wir sehen uns dann an einem nächsten, späteren Dienstag wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaiser Gruft. Bis dahin. Tschöschö.